Ja, hallo Leute, willkommen. Es gibt schon mal ne V-Show zu dem neuen Crew Skin für diesen nächsten Monat, für September. Das ist der Skin Darlene. Guckt er uns mal an. Sieht sehr... Ich weiß nicht, also für September, okay. Also, ja, für September passt das. Naja, wahrscheinlich nicht für jeden Mann ein Skin, also ich weiß nicht, also ich finde den jetzt so oft nicht gut. Wie sieht's denn so aus? Fan-Erbe, was ist das Ganze? Das wird dann im Oktober freigeschaltet. Gold-Erbe. Boah, Gold-Erbe hat schon was. Sieht schon nice aus. Wird dann im November freigeschaltet. Ja, das hat schon was. Phasen-Erbe, das ist Dezember soweit. Hm, nicht unbedingt. Raureif, das ist dann im Januar. Was geht eigentlich? Was geht eigentlich? Hosen-Erbe? Eh, boah... Ich weiß nicht, sowas wie... Phasen-Erbe, Raureif-Erbe und Hosen-Erbe sollte vielleicht aber... Besonders Hosen-Erbe sollte dringend ne Generalüberholung bekommen, weil es... Das sieht einfach nicht mehr gut aus. Früher war Galaxy noch cool, da dachtest du, ja, das ist immer noch was Gutes und jetzt ist, okay, jetzt gefühlt jeder, das ist nicht mehr spannend, wenn ich sagen, gar nicht mehr. So, hier hat sie die Lego-Variante. Dann diese Plüsch-Tasche, jetzt natürlich auch diese Stile, ne. Ja, also, das passt einfach nicht mehr, hab ich gar nicht mehr. Dann Kuschelhammer, da, äh, Fenerbe, da haben die wenigstens, also, äh, zum Beispiel hier den zweiten Stil, da haben die immer noch, äh, alle Skins, also alle Kuschel-Skins zum Beispiel haben da immer noch einen exklusiven Stil für sich und dann geht's Richtung Gold und sowas. Ja, das, okay, das Gold sieht doch okay aus. Basenärbe, auch wieder nicht gut, finde ich. Raureif, ach ja, Francis Gates, Cosmo, ne, auch kein Fan von 5. Ja, äh, was bekommt ihr noch? Ihr bekommt natürlich, wenn ihr... früh seid, ne, für den Skin, dann brauchen wir niemals, den Rocket Pass, für den Rocket League. Äh, wenn ihr nen Battle Pass nämlich habt, dann kriegt ihr nen Battle Pass und natürlich noch Neues, jeder für den, äh, äh, für die anderen Skins, die ihr besitzt, wenn ihr da noch keinen, keine Stile habt von, oder so, ne. Ja, ansonsten, vier Tagen ist es dann soweit, da kriegen wir den dann. Ja, ansonsten. Ja, ansonsten. Ja, ansonsten. Ja, ansonsten.